Kinder, bitte an den Start kommen! Alle müssen so schnell rennen, wie sie können. Ich glaube, ich gewinne. Ich bin nämlich sehr schnell. Ich renne schneller als du. Auf die Plätze, fertig, los! Ich schaffe mindestens 100 Kilometer pro Stunde. Und ich mindestens eine Million Kilometer pro Stunde. Peppa, Luzi, nicht reden! Lauf! Oh! Luisa Löffel führt. Oh je, Peppa und Luzi liegen weit zurück. Schneller, Luzi! Lauf! Schneller! Luisa Löffel hat gewonnen. Und Peppa und Luzi sind die Letzten. Die Gewinnerin ist Luisa Löffel. Hurra! Dankeschön. Der nächste Wettkampf ist der Weitsprung. Schorsch und Linus wollen herausfinden, wer weiter springen kann. Schorsch, renn so schnell, wie du kannst. Und dann spring so weit, wie du kannst. Schorsch, auf die Plätze, fertig, los! Schorsch ist gesprungen, soweit er konnte. Und jetzt ist Linus Löffel dran. Wenn Linus nicht Anlauf nimmt, dann wird er nicht weit kommen. Linus Löffel, auf die Plätze, fertig, los! Linus Löffel ist weiter gesprungen als Schorsch. Der Gewinner ist Linus Löffel. Hurra! Schorsch, vergiss nicht. Nicht das Gewinn zählt, sondern das Dabeisein. Da kommt Peppas beste Freundin, Luzi Locke. Sie hat zwei Tennisschläger dabei. Hallo, Peppa. Hallo, Luzi. Spielen wir Tennis? Ja, hört sich gut an. Los geht's, Luzi. Oh! Luzi ist nicht an den Ball gekommen. Oh! Peppa ist nicht an den Ball gekommen. Peppa und Luzi lieben Tennisspielen. Aber Schorsch fühlt sich ein bisschen ausgeschlossen. Schorsch, tut mir leid. Aber du kannst nicht Tennis spielen. Wir haben doch nur zwei Schläger. Ich weiß was. Schorsch ist unser Balljunge. Ja! Das ist eine sehr wichtige Aufgabe. Schorsch ist jetzt der Balljunge. Er muss den Ball holen, wenn er zu weit geschlagen wurde. Ich schlag auf, Luzi. Oh, vorbei. Balljunge! Danke, Balljunge. Balljunge! Balljunge! Danke, Balljunge. Balljunge! Peppas Freunde sind auch da. Luzi Locke, Luisa Löffel, Molly Mietze, Klausi Kleff und Pedro Pony. Kinder, wir haben einen neuen Schüler. Peppa Wutz. Nun, Peppa, lauf zu deinen Freunden. Hallo zusammen. Hallo, Loba. Määh. Määh. Kinder. Wir beginnen mit Demi-Plié. Demi-Plié. Nun ein kleiner Sprung. Petit jeté. Mit Grazie und Anmut. Petit jeté. Grazie und Anmut. Die Ballettstunde macht eine Menge Spaß. Hebt eure Arbe. Stellt euch vor, ihr wärt ein sehr schöner Schwan. Und was für ein Geräusch macht so ein schöner Schwan. Wauw, wauw. Määh. Miau. Nee. Brrrr. Oh. Nee. Nee. Azie und Anmut. Papa Wutz will mit Peppas kleinem Fahrrad fahren. Papa, hier sind die Pedale. Das sind die Bremsen und hier ist die Klingel. Ja, ja, danke, Peppa. Ich weiß. Tschüss. Das ist kinderleicht. Fit zu werden ist ganz schön anstrengend. Jetzt werde ich fit, ohne dass ich treten muss. Papa Wutz fährt sehr schnell. Oh, ich sollte langsamer fahren. Ah, die Bremsen bremsen nicht genug. Hilfe. Oh, oh, oh. Hm. Oh. 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 Eins, zwei. Los. Du bist zu früh gestartet. Hol mich doch ein, Wasserschwein. See, bunt. Und du kannst nicht schneller als so. Du kriegst mich nicht. Da, 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 da. Gewonnen. Oh je. Das Boot von Opa Wutz hat kein Benzin mehr. Sehr schlau, Käpt'n Opa. Vielleicht bin ich doch ein bisschen schnell gefahren. Wie kommen wir nach Hause? Guckt mal, da ist Opa Clef. Opa Clef kann uns abschleppen. Ich lasse mich doch nicht von diesem Seehund abschleppen. Wer sagt, dass ich dich abschleppen würde, Wasserschwein? Ach, werdet ihr denn nie erwachsen? Opa, entschuldige dich bei Opa Clef. Entschuldige, dass ich dich Seehund genannt habe. Opa, entschuldige du dich bei Opa Wutz. Entschuldige, dass ich dich Wasserschwein genannt habe. So ist gut. Opa Clef, kannst du uns nach Hause abschleppen, bitte? Es wäre mir ein Vergnügen, Madame. Fang das, Käpt'n. Ei, ei, Skipper. Opa Clef ist der allerbeste Freund von Opa Wutz. Opa Clef schleppt das Boot von Opa Wutz nach Hause. Früher mit Mama auch Ballett getanzt. Pass lieber auf, Papa Wutz. Am besten waren wir empathisch. Hoppla! Ich hatte es anders in Erinnerung. Dummer Papa Wutz. Hoho, überlassen wir das Ballett doch lieber Peppa. Ja, denn ich kann es am besten. Ich bin ein wunderschöner Schwan. Vielleicht treibt es Peppa ein bisschen zu arg mit Schorsch. Peppa, hast du Schorsch geärgert? Nicht in echt, Mama. Ich bringe ihm nur bei, wie man fängt. Wirklich? Gut, ich kenne ein Spiel, bei dem man fangen lernen kann. Schweinchen in der Mitte. Peppa, du nimmst den Ball und gehst darüber. Und du, Schorsch, stellst dich hier hin. Gut, ihr müsst jetzt den Ball einander zuwerfen. Und ich versuche ihn zu fangen. Ich bin das Schweinchen in der Mitte. Mami, ist das Schweinchen in der Mitte. Fang, Schorsch! Oh, verpasst. Schorsch hat den Ball gefangen. Hurra! Prima, Schorsch. Nun wirf mal den Ball zu Peppa. Ups, nochmal. Oh, nochmal. Schorsch kann den Ball nicht an Mama Wutz vorbei werfen. Komm schon, Schorsch. Wirf den Ball zu mir. Du, Schorsch, das kann ich doch auch. Peppa möchte das auch mal ausprobieren. Aber sie ist zu groß und bleibt stecken. Dürfen wir jetzt vom Sprungbrett springen? Tut mir leid, Peppa. Die Sprungbretter sind nur für die Großen. Oh. Macht euch nichts draus. Ihr könnt zugucken, wie ich springe. Dummer, Papa. Dein Bauch ist doch zu dick. Ho, ho. Unsinn. Als ich jung war, habe ich beim Springen Preise gewonnen. Aber das ist doch schon eine Weile her, Papa Wutz. Zum Glück habe ich mich stark und fit gehalten. Bitte halt meine Brille, Mama Wutz. Ihr habt eine bessere Sicht, wenn ihr von der Seite aus zuseht. Bitte spritzt uns nicht mit Wasser nass, Papa. Natürlich spritze ich euch nicht nass, Peppa. Ich glaube, ich brauche ein höheres Brett. Bitte sei vorsichtig, Papa Wutz. Ja, spritzt uns nicht nass, Papa. Ho, ho. Keine Sorge, Peppa. Bitte spritzt uns bloß nicht nass, Papa. Ich habe doch gesagt, dass ich nicht spritze. Schlauer, Papa. Gut gemacht, Papa Wutz. Mein Handtuch brauche ich nicht. Ich habe einen besonderen Trick, mich zu trocknen. Ja. Papa Wutz hat alle mit Wasser nass gespritzt. Papa Wutz. Entschuldigt bitte alle. Papa Wutz. Ihre Familie sind oben auf dem Hügel angekommen. Alle Freunde von Peppa sind auch da. Hallo, Peppa. Hallo. Wir wollen mit unseren Rädern ein Rennen machen. Peppa, fährst du beim Rennen auch mit? Oh, ja. Aber nur, wenn wir bergab fahren. Ja, gut. Peppa und ihre Freunde machen ein Wettrennen den Hügel hinab. Seid ihr alle fertig? Fertig. Ihr fahrt los, wenn ich hiermit hupe. Wie jetzt. Pedro ist zu früh losgefahren. Stopp, Pedro. Das Rennen hat noch nicht angefangen. Entschuldigung, Herr Wutz. Ich wollte euch doch nur zeigen, wie die Hupe klingt. Nämlich so. Hui. Stopp, stopp. Entschuldige, Pedro. Diesmal war es mein Versehen. Wenn ich jetzt das nächste Mal hupe, könnt ihr los. Hat er gesagt, los? Ich glaube, ja. Los, los, los. Fahr los, Peppa. Aber Papa, du hast doch noch gar nicht gehupt. Klausi Klepp fährt vorne weg. Wartet auf mich. Hui. Ich gewinne. Gut gemacht, Peppa. Ja, ich bin sehr gut im Bergabfahren. Für Peppas. Wupp. Das ist ja unmöglich. Ich will überhaupt nicht mehr Eis laufen. Und damit Schluss. Mach dir nichts draus, Peppa. Jeder rutscht doch mal aus beim Eislaufen. Sogar ich rutsche aus. Guck mal. Hoppsala. Dümmer, Papa. Schorsch, willst du auch Eislaufen? Nö. Schorsch war noch nie Eislaufen und er hat ein bisschen Angst. Ich passe auf Schorsch auf und du zeigst Peppa, wie man Eis läuft. Eislaufen ist ganz leicht, Peppa. Du musst einfach mit den Füßen schieben und gleiten. Schieb, schieb, gleiten. Siehst du? Schieb, schieb, gleiten. Schieb, schieb, gleiten. Das ist einfach. Jetzt kann ich es schon alleine, Mama. Schieb, schieb, gleiten. Schieb, schieb, gleiten. Gut gemacht, Peppa. Guck mal her. Ich kann Eislaufen. Peppa macht das richtig gut. Ja, ich bin ja auch eine gute Lehrerin. Langsam, Peppa. Du fährst noch jemanden um. Keine Sorge, Mama. Ich bin eine gute Eisläuferin. Oh, wo sind denn die Bremsen? Oh weh. Ich habe vergessen, ihr das Bremsen beizubringen. Oh. Ah, ich kann nicht anhalten. Passt auf. Wow. Mama hat dir das Eislaufen gezeigt, aber ich habe dir gezeigt, wie man hinfällt. Ja, und ich bin schon richtig gut im Hinfallen. Ball. Ja, Fußball. Mädchen gegen Jungs. Jeder braucht einen Torwart. Ich, ich. Ich, ich. Pedro, Pony und Luisa Löffel sind die Torwarte. Wir fangen an. Tor. Linus Löffel hat ein Tor geschossen. Die Jungs gewinnen. Das ist nicht fair. Wir waren nicht bereit. Hey, ihr schummelt. Du darfst den Ball nicht tragen. Darf ich wohl. Ich bin doch der Torwart. Lauf, Luisa, lauf. Tor. Hurra. Das Tor gilt aber nicht. Tut es wohl. Tut es nicht. Tut es wohl. Tut es nicht. Was ist das denn für ein Lärm? Papa, die Jungs schummeln. Nein, die Mädchen schummeln. Das klingt, als bräuchtet ihr einen Schiedsrichter. Was ist ein Schiedsrichter? Jemand, der dafür sorgt, dass alle fair spielen. Ich bin der Schiedsrichter. Stopp, stopp. Ich bin der Schiedsrichter. Die Mannschaft mit dem nächsten Tor gewinnt das Spiel. Hurra. Wo ist der Ball? Schnell, schieß ein Tor. Stopp, sie. Tor. Linus Löffel hat ein Tor geschossen. Hurra. Die Jungs gewinnen. Oh. Fußball ist ein doofes Spiel. Einen Moment noch. Die Jungs haben in ihr eigenes Tor geschossen. Das heißt, die Mädchen gewinnen. Wirklich? Hurra. Fußball ist ein tolles Spiel. Zum Glück muss ich nicht trainieren. Ich bin natürlich fit. Du siehst aber nicht sehr fit aus, Papa. Dein Bauch ist ein bisschen dick. Ich bin sehr fit. Ich zeig's dir. Was soll ich zuerst machen? Deine Zehen berühren. Guck so. Das ist leicht. Papa, hör auf so zu tun, als könntest du das nicht. Ähm, ich tu aber nicht so, Peppa. Papa Wutz kann seine Zehen wirklich nicht berühren. Oh je, Papa. Das ist aber nicht sehr gut. Hm. Vielleicht sollte ich doch etwas trainieren. Ja, Papa. Und ich beginne gleich morgen. Papa Wutz, du musst mit dem Training jetzt anfangen. Oh. Keine Sorge, Papa. Ich helfe dir dabei. Oh. Na gut. Peppa, du wirst meine Trainerin. Was soll ich zuerst machen? Zuerst machst du ein paar Liegestütze. Das ist leicht. Eins. Zwei. Fertig. Sehr gut, Papa. Und jetzt machst du davon 100. 100? Ja. Kommt, Kinder. Helft mir beim Kochen. Ich helfe auch. Nein, Papa. Du musst noch 100 Liegestütze machen. Oh. Eins. Zwei. Zwei. Mama Wutz, Peppa und Schorsch bereiten in der Küche das Essen vor. Papa Wutz macht immer noch Liegestütze. Papa macht das sehr gut. Neun. Ja. Ich hoffe nur, er übertreibt es nicht. Ich gehe mal nachsehen. 13. 14. 15. 16. 17. Papa Wutz, du schummelst. Hummels, du solltest doch Liegestütze machen. Oh. Äh, da war gerade was Interessantes im Fernsehen. Schlimmer, Papa. Schorsch, willst du nicht auch Eis laufen? Nein. Komm schon, Schorsch. Das macht Spaß. Ich zeig's dir. Ahem. Also, zuerst musst du... Schorsch, komm zurück. Ich bring dir bei, wie man Eis läuft. Was für eine Überraschung. Schorsch kann wunderbar Eis laufen. Boah. Guckt mal, Schorsch. Uuuh. Schon sehr gut, Schorsch. Jetzt musst du nur noch lernen, wie man bremst. Gut gemacht, Schorsch. Ganz fantastisch, Schorsch. Ja. Das hast du sehr gut gemacht, Schorsch. Für deine erste Stunde. Oh. Oh. Also dann, los geht's. Ja. Peppa und Schorsch lieben Eis laufen. Alle lieben Eis laufen. Mama und Papa haben mir Eis laufen beigebracht und ich dann Schorsch. Da kommt Luisa Löffel mit ihrem kleinen Bruder Linus Löffel. Hallo, Luisa. Hallo zusammen. Linus, halt dich am Brett fest. Dann kannst du den Beinschlag üben. Schorsch, möchtest du auch Beinschlag üben? Hoho. Sehr gut. Aber versuch nicht so zu spritzen. Große Kinder spritzen nicht. Wir können schon sehr gut schwimmen. Wenn Schorsch und Linus älter sind, können sie bestimmt genauso gut schwimmen wie wir. Nicht wahr, Luisa? Ja. Oh. Linus hat eine Spielzeug-Gießkanne. Lass das, Linus. Oh. Oh je. Linus hat seine Gießkanne ins Wasser fallen lassen. Mami. Tut mir leid, Linus. Ich komm nicht dran. Sie ist viel zu tief unten. Mami. Ich kann unter Wasser nicht schwimmen. Noch nicht mal ich kann unter Wasser schwimmen. Hm. Halt bitte mal meine Brille, Mama Wutz. Halt bitte mal meine Brille, Mama Wutz. Halt bitte mal meine Brille, Mama Wutz. Boah. Hurra. Hier, bitteschön. Quitz, quitz. Gut gemacht, Papa Wutz. Ich kann schon ganz gut unter Wasser schwimmen. Halt bitte mal meine Brille, Mama Wutz. Wie? Als nächstes kommt der Staffellauf. Jedes Kind läuft mit einem älteren Teil zusammen. Peppa, nimm mich, nimm mich. Aber Papa, du bist im Rennen nicht gerade der Schnellste. Als junger Schwein war ich einfach unschlagbar. Aber jetzt hast du einen Dickbaum. Aber ich komme noch an meine Zähne. Beiner. Schon klar, Papa. Aber bitte rennen, so schnell du kannst. Als erstes laufen die Mamas und Papas. Dann übergeben sie den Kindern ihren Stab. Mamas und Papas, auf die Plätze, fertig, los. Schneller, Papa. Papa Wutz führt. Schneller, Papa. Danke, Papa. Das war sehr gut. Jetzt muss ich die Stapel nehmen. Peppa, nicht reden. Lauf. Auf. Miau. Nein. Schneller, Peppa. Der Sieger ist Emily Elefant. Hurra. Hurra. Hab ihn. Schorsch, du bist das Schweinchen. Schorsch, fang. Fang den Ball, Schorsch. Fang, Schorsch. Schorsch, fang. Hier ist der Ball, Schorsch. Schorsch. Oje. Peppa, du sollst Schorsch nicht so ärgern. Entschuldigung, Schorsch. Na, was macht ihr Schönes? Papa, Schorsch kann leider noch nicht Schweinchen in der Mitte spielen. Oh, ich bin sicher, er schafft es. Tut er eben gar nicht, Papa. Guck. Fang ihn, Schorsch. Hurra. Hurra. Mama, kannst du mir auch etwas helfen? Aber natürlich, Peppa. Huff her, Schorsch. Fang doch, Schorsch. Peppa spielt gerne Ball. Schorsch spielt auch gerne Ball. Alle spielen gerne Ball. Und schon hat Peppas Fahrrad keine Stützräder mehr. Sag mal, willst du wirklich ohne die Stützräder fahren? Ja. Kannst du das denn schon? Jawohl, ich krieg das ganz bestimmt hin. Ah. Das ist nicht witzig. Es ist ganz schön schwierig, ohne Stützräder zu fahren. Brauchst du Hilfe, Peppa? Au, ja, Papa. Okay. Achtung, fertig, los. Lass nicht los, Papa. Keine Sorge, ich hab dich. Du bist schon richtig gut, Peppa. Halt fest, Papa. Weiter strampeln. Peppa fährt ganz allein, ohne Stützräder. Papa, wo warst du denn? Du kannst ja schon ganz gut alleine fahren. Ehrlich? Ja, du bist richtig gut darin, Peppa. Wirklich? Oh, ich kann's, jippie. Alle mal hergucken. Ich kann jetzt ganz alleine Fahrrad fahren. Klausi, Luzi, Luisa, schaut mal. Ich bin jetzt auch endlich meine Stützräder los. Könnt ihr es sehen? Hurra! Wer als erster beim Kürbis ist? Peppa, hey, Achtung, der Kürbis. Ich bin die Schnellste. Peppa schaut nicht, wo sie hinfährt. Oh, Peppa hat Papas Kürbis zermatscht. Tut mir leid, Papa, jetzt ist er kaputt. Der Kürbis ist egal. Hauptsache, du bist nicht kaputt. Von jetzt an passt du aber auf, wohin du fährst. Okay, das mache ich, Papa. Gut. Nun ja, jetzt wo der Kürbis kaputt ist, können wir einen Kuchen daraus backen. Au ja, Kürbiskuchen. Untertitelung des ZDF, 2020